Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sind Sie die Autorin? Eigentlich ist es die Geschichte der Hasen, ich hab sie nur aufgeschrieben Schau mal Papa, das ist Peter Hase Ich hasse es, so im Rampen nicht zu stehen Der ist ein bisschen umgezogen Was? Bist du Peter? Kommt ganz drauf an, wer fragt Peter, ich will hier kein Ärger Siehste, der hat mich auf den Kieker Er hat uns alle damit gemeint Ich meine dich, Peter, ausdrücklich Ich will hier kein Ärger Ärger Wenn die so über mich denken Dann bin ich vielleicht besser dran, ohne sie Ne, ne? Was platzt du so, du braves Häschen? Bist du mich verpfeifen? Ich bin kein braves Häschen, offenbar bin ich ein böses Häschen Weg mit euch, haut ab! Heißt du Peter Hase? Jeb Ich war der beste Freund deines Vaters Ich bin Barnabas Du bist wild und gefährlich, genau wie er Wo sind die Hasen? Zu Hause in ihrem Bau, kuschelweich eingekuschelt Ich lebe für immer! Komm zurück! Aufteilen! Mach doch mit, hob mit ihnen rum Ich kann rumtoben Juhu, das macht Spaß Ich werde ein bisschen schneller Ich werde sehr viel schneller Und deswegen sollten Erwachsene kein Kinderkram machen Juhu lire